einen floschen guten tag mit euch und herzlich willkommen zu einem weiteren hier auf meinem kanal heute am dienstag mein video denn es gibt eine kostlose sache die ihr jetzt freischalten könnt und zwar ist das der elan im mode den elan im mode den bekommt ihr wenn ihr euch eigentlich vom 27 bis 29 einloggt gestern gab es aber wahrscheinlich im back so dass den ich gab jetzt kann man denen sich einfach einfordern wichtig wenn ihr den im mode nicht bekommen sollte würde ich euch raten einmal den party royal modus zu starten rein und wir rauszugehen wenn das immer noch nicht geholfen hat dann würde ich euch was raten das komplette spiel zu also neu zu starten oder ein match mal zu spielen wenn das als ich geholfen habt dann solltet ihr spätestens morgen das erhalten und wenn es auch nicht gehen soll dann würde ich euch den epic games support raten anzuschreiben da spätestens erhaltet ihr den im mode wenn das alles sich helfen sollte ansonsten wünsche ich doch einen wunderschönen tag wir sehen uns freitag 15 uhr zu einem real life blog von teddy auf reisen habt auch einen wunderschönen tag haut rein und ciao leute